Weiter geht's mit Dead Space Ja, ich habe in der letzten Folge meinen Plasma Cutter bekommen und kann mich endlich richtig wehren Oh Mann ey, du bewegst dich doch bestimmt gleich, oder? Gibt es hier hinten irgendwas? Das hier? Ne Das ist auch offensichtlich versperrt Das muss ich ausprobieren, ob das kaputt geht Super, ey, das ging ja sogar in Double Agent Splinter Cell Mann ey Oh Gott ey, oh Gott Okay Okay Oh Gott, oh Leute, Leute, ne, 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 ne Leck mich doch! Bam, bam, bam! Oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden, das war's, das war's jetzt. Ich kann nur gleich wieder ausmachen, aber nee. Okay, bisher war das alles nur in den letzten Parts kleine Erschrecke, aber jetzt dieses Dampfrohr hier oben, oh Gott, da habe ich mich erschreckt. Scheiße, ey. Oh Gott, ich komme immer noch nicht mehr. Nicht klar, ey, Mann, ey. Jetzt wollte ich schon wieder aufschrecken wie dieser Scheißpflanze, ey. Oh Mann, ey, das sind echte Emotionen. Immer mit der Waffe im Anschlag. War nur Alice nachladen, ja, ich, das. Super, wir mussten schon 20 Leute mit den Dingens töten und jetzt sagt er mir, wie ich nachlade. Kleines Medipack. Oh, die Kisse geht auch noch kaputt. Nochmal Medipack, ja, und perfekt. Hier ist doch schon wieder was. Hier ist doch schon wieder was. Oh Mann, ey. Ich trete immer jetzt Textlog gefunden. Drücke Back, um zu lesen. Ich lese es einfach mal vor. Aufgrund der neuen erinnerungshemmenden Medikamente sind die Patienten uns gegenüber erregt und kampflustig. Sie vergessen von einem Tag zum anderen, wer wir sind und müssen jeden Morgen überzeugt werden, ihre Zellen zu verlassen. Viele sind so verängstigt, dass sie nur noch sediert zum Verhörraum gebracht werden können. Pfleger und, äh, Gositis, was ist das denn für ein Wort, wurden dreimal vom Patienten sechs gebissen, dem jetzt jeden Morgen erklärt werden muss, warum sein Kiefer gebrochen ist. Okay, ja, und so kann man es natürlich auch, naja, okay, wenn er mich beißen will, dann würde ich ihm auch den Kiefer brechen. Immer schön umsehen, ich hab, ich hab nämlich echt Bock hier alles einzusammeln, damit man auch die Hintergrundstory, äh, ähm, mitbekommt. Also nicht nur ihr, ich will das Spiel ja selber auch erleben, also davon abgesehen. Ähm, hier war bestimmt dann lang, oder? Aber kommen wir nicht von da? Nee. Obere Lobby. Scheiße, wenn jetzt hier schon Alarm ist. Warte doch! Wär wohl, Isaac, bist du so doof? Die Necromorphs. Müssen wir da lang, oder müssen wir den Typen hinterher? Oh, nee, 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 nee. Egal, gucke ich mich erstmal hier um. Scheiße, Mann, ich hasse es, ich hab, ich hasse es, wenn, äh, mehrere Wege ist, weil ich immer das Gefühl hab, ich verpasse irgendwas. Und das Gefühl ist scheiße. Gehen wir jetzt einfach hier runter. Wo denn? Oh Gott In die Ecke rennen, in die Ecke rennen Geh doch, kapot, verdammter Mist Bist du tot? Ach, da kommt ja noch einer So, immer schön Das war's schon mit dem Alarm Achso, einfach nur alles ausstellen Dana? Dana! Okay, Sie haben recht Ich brauche Ihre Hilfe doch Reden Sie mit mir Hören Sie, Isaac Wir müssen keine Freunde werden Nur, wir schicken das zusammenbrechen Titan Man ist Ihr Freund, nicht ich Okay, ich habe eine neue Route für Sie gefunden Gut Wo zum Henker bin ich also? Wie konnte es zu einem weiteren Ausbruch kommen? Sie sind auf der Titan Station Die den Saturn umtreibt Scheiße, Titan Man stört mein Geduld Wer zum Teufel ist Titan Man Ist der aus dem Intro Der mit uns Diese Psycho-Tests gemacht hat Wahrscheinlich schon, oder? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ja, das müsste eigentlich gewesen sein Und der Typ von dem einen Video Wo er den anderen da Ich sage mal Untersucht hat Was ist das? Plasma-Kern-Munition Speicherpunkt Ja, ähm Ich würde sagen Dann mache ich hier wieder einen kleinen Cut Weil ich einfach Befürchtung habe Dass das alles nicht in eine Folge passt Deswegen schneide ich jetzt hier einfach Ähm Ja Ich würde sagen Dann bis zum nächsten Mal Tschüss